Es ist endlich soweit. Längst überfällig, aber ich habe mich nach reiflicher Überlegung endlich dazu durchgerungen entschieden, dass es Zeit ist für eine Veränderung. Wie groß es jetzt endlich sein wird und ob es jetzt noch Sinn macht, wenn ich mit der Zeit immer und immer weniger Zugriff auf Produkte kriege, ist es einfach ein Muss, damit ich mein geistiges Wohlbefinden, meine Motivation und einfach meine Laune steigern kann. Und ich möchte das Video übrigens auch noch nutzen, um ein paar andere Dinge zu besprechen, aber ich komme jetzt schon direkt zum Hauptpunkt und das ist der, und dass es ab jetzt keine Audio-Tests mehr geben wird. Was nicht heißen soll, dass ich keine Audio-Produkte mehr testen möchte, aber dass es keine Tests als solches mehr werden. Ich nenne das jetzt GFC, heißt Genuss-Faktor-Check und wie schon vorhin angedeutet, ich weiß nicht, wie viel das wirklich ein Unterschied sein wird, gerade nachdem ich gestern den ersten aufgenommen habe und gemerkt habe, dass da nahezu kein Unterschied war, aber allein schon der psychische Trick, dass ich es jetzt anders nenne, dass ich es anders angehen will, hat komischerweise genug ausgemacht, dass ich deutlich relaxter war, besser gelaunt war, teilweise auch witzig gemacht habe, vielleicht jetzt nicht die beste, aber das spielt keine Rolle, ist der Hauptgrund, wieso ich das Ganze mache, dass ich einfach den von mir, aber auch teilweise von euch mit der Vergangenheit eben aufgebauten Druck einfach ein bisschen ablassen will, damit ich wieder mehr Spaß am Testen kriege und am Test drehen. Und das ist zum Beispiel jetzt auch ein Punkt, wenn ich oft mal einen Faden verloren habe, habe ich das Video neu gestartet und so weiter, das möchte ich auch verhindern. Videos werden vielleicht dadurch ein bisschen länger, teilweise schweife ich ab, aber gerade dieser aufgebaute Druck, das liegt einfach daran, dass ich gemerkt habe, dass ich jetzt über die ganzen letzten Jahre einfach so oft in meiner Meinung anders lag oder daneben und dann dachte ich immer in der Vergangenheit, ja, der erzählt nur Scheiße, der lügt euch an, der will nur was verkaufen, der das und der das und über die ganzen Jahre plus euer Feedback, dann dachte ich mir jetzt halt vor kurzem, wartet mal, vielleicht sind nicht die alle immer daneben, sondern ich bin es. Oder vielleicht ist das, was ich höre und das, was ich in Worte fasse, einfach nicht das Gleiche. Okay, vielleicht höre ich es, aber interpretiere es komplett falsch und nehme es falsch wahr oder Sonstiges. Und deswegen möchte ich jetzt halt mehr denn je bei meinen Tests, eben nicht mehr, sondern GFCs, switchen in Richtung, euch einfach nur vermitteln, was ein Kopfhörer oder Lautsprecher oder eben auch In-Ear, das ist eher auf die bezogen, statt jetzt auf Elektronik, da habe ich das eh noch nicht so sehr gemacht, bei mir eben an Emotionen auslöst. Also sprich, weg von technischen Details und Eigenschaften und so weiter. Für mich ist es nicht wichtig, wie viel Treiber irgendwas hat, was für ein Prinzip, was für ein Chip und so weiter, sondern was durchs Tool, also die Ohren, durch den Motor oder wie man auch immer es nennen soll, das Hirnhalt da hier ankommt. Natürlich will ich es nicht komplett drauf versteifen, denn wie schon gesagt, auch beim ersten GFC, wo ich jetzt aufgenommen habe, habe ich es gemerkt, dass ich schon noch viel Technisches erkläre, aber mir geht es halt mehr um euch einfach mitzuteilen, ob ich ein Produkt gut finde, inwiefern ich es gut finde, und ob ich es empfehlen kann und sonstiges. Natürlich klingt es deutlich subjektiver, möchte ich allerdings auch klarstellen. Ich habe meiner Meinung nach schon immer objektive Ergebnisse abgeliefert plus subjektive. Mein Fehler war nur, und das habe ich erst viel zu spät eingesehen, habe ich das, weil ich wusste, was objektiv und was eben subjektiv ist, das alles als Mischmasch euch präsentiert. Und deswegen kann ich es auch mittlerweile jetzt eben komplett nachvollziehen, wenn ihr irgendwann den Unterschied nicht mehr gesehen habt und dann dachtet, da ist ja eh alles subjektiv, das gibt ja keinen Sinn, da ist ja keine Basis drauf und so weiter. Zum Beispiel auch gerade letztens kam ein Kommentar, wenn ein Tester sein Testequipment, die Genres, die er testet, die Musik, wie er testet, keine Frequenzkursen und so weiter abliefert, kann man eh nichts drauf geben. Zu dem Punkt, Testequipment habe ich eigentlich in der Beschreibung stehen. Ist vielleicht nicht mal ganz aktuell, aber genau, sag mal genau genug, weil ich es sowieso nicht so oft ändere. Zusätzlich allerdings binde ich immer noch in die Tests, das was ich gerade an Elektronik zum Beispiel habe, ein. Bei den Genres, muss ich sagen, teste ich prinzipiell sowieso alles, bis vielleicht auf eben Blues und Jazz, einfach weil ich damit null anfangen kann. Dazu bin ich im absolut falschen Jahrzehnt geboren. Stehe halt auf ganz andere Sachen. Jedem selbst überlassen. Dann zum Beispiel bei den Vorlieben, ich habe es über die Zeit schon so oft geteilt und ich kann es auch nicht jedes Mal in jedem Video machen, wie zum Beispiel der nächste Punkt, da sagt der einer, ja, schöner Test und so weiter, aber du bist mir bei den Genres nicht genug auf Klassik eingegangen. Das ist eben der nächste Punkt. Ich kann nicht alles, was ich weiß, was ich euch mitteilen will, auch wirklich mitteilen. So schwer es mir fällt. Denn ich weiß einfach, die Zahlen bestätigen das, dass die Aufmerksamkeitsspanne heutzutage einfach so gering ist, dass wenn ich jetzt ein 20-Minuten-Video poste, halt maximal 4 Minuten im Durchschnitt bekomme. Natürlich gibt es da ein paar, die wirklich das Ganze angucken und auch ein 30-Minuten-Video komplett angucken würden, was die Länge wäre, wenn ich ungefähr alles reinpacke und das wirklich kompakt. Aber diese 10 Minuten länger, für mich mehr Aufwand, wo ich noch mehr erzählen muss und noch mehr überlegen muss, was ich sage, würden mir vielleicht 10, 20 Sekunden mehr Watchtime bringen. Und das ist allerdings kontraproduktiv, weil je länger ein Video hat oder je geringer prozentual die Watchtime ist, desto schlechter ist es für den Kanal. Und der ist sowieso schon schlecht. Aber das ist auch zum Beispiel der Hauptpunkt, ich möchte einfach hauptsächlich diesen Druck von mir abbauen, indem ich auch permanent überlege, wie ich was sage, dass ich mich nicht rechtfertigen muss, dass was nicht falsch verstanden wird und so weiter und so fort. Deswegen versuche ich das auch schon in der Vergangenheit immer mit Mimik und Gestik eben auch zu untermauern, dass die Hauptmessage rüberkommt, ob mir was gefällt oder nicht. Und deswegen habe ich es auch schon oft in der Vergangenheit mitbekommen, dass Leute sagen, hey, ich hätte das Video ohne Ton gucken können. Allein in einer Mimik-Gestik hätte ich absolut erkannt, ob dir ein Kopfhörer gefällt oder nicht. Und das ist auch so. Und das ist natürlich auch ein Nachteil. Denn, gut, Vorteil ist, ich kann im Prinzip nicht lügen, weil mich meine Mimik verrät, aber will ich auch nicht verbergen. Ist es halt einfach so, dass, wenn mir was persönlich nicht gefällt, ich es aber objektiv gut finde, das dadurch oft eben negativer wirkt, als es eigentlich gemeint ist. Das ist in den letzten paar Tests gerade mir aufgefallen. Und da sage ich auch schon immer im Vorfeld, hey, es könnte negativer aussehen, als es ist, weil ich kann das nicht komplett verbergen. Und irgendwie will ich es mittlerweile auch gar nicht. Und wenn ihr jetzt ein Problem damit habt, zum Beispiel auch gerade, weil ich keine Frequenzmessungen, was ich erstens nicht kann, aber auch nicht will, einfach aus dem Grund, weil ich auch der Meinung bin, dass es in dem Video total fehl am Platz ist. Denn wenn ich euch jetzt eine Frequenzmessung zeigen würde und die euch erkläre, ist es daneben. Denn derjenige, der mit der Frequenzmessung was anfangen kann, der, der sie will, der braucht keine 10-Minuten-Erklärung davon. Und der, der die Erklärung dazu braucht, dem bringt auch die Liste nichts und so weiter. Also ich hoffe mal, ihr könnt nachvollziehen, was ich meine. Also wie gesagt, ich möchte einfach nicht objektiv und subjektiv mischen, aber wenn sie es nicht verhindern lässt. Ich habe jahrelang einen schlechten Job drin gemacht, dann habe ich es allerdings lange versucht und einfach gemerkt, dass ich mich zu verkrampfe, zu überlegen, okay, okay, das und das und das. Aber warte mal, ist das jetzt positiv oder, ich meine, ist das subjektiv oder ist das jetzt objektiv? Und auf das habe ich keine Lust mehr. Denn ich habe einfach in den letzten Monaten gemerkt, dass es mir immer schwerer fällt zu testen, weil ich auf viel zu viele Kleinigkeiten achte und dann eben auch die Tests zu machen, weil ich dort eben darauf achten muss, was ich von den Tests eben wie repräsentieren muss. Und dadurch, und das ist vielleicht fast sogar das Schlimmste, habe ich gemerkt, dass ich jetzt privat die letzten ein, zwei Jahre viel, viel weniger Musik höre. Einfach, weil ich meine eigene Musik, meine eigenen Geräte, die ich habe, nicht mehr genießen kann, weil ich selbst da dann immer in diesem Tester-Modus bin. Also ich möchte mir das ablegen, indem ich eben Tests deutlich organischer, natürlicher für mich selber eben wahrnehme, kann ich vielleicht auch wieder privat mehr Spaß dran haben. Denn testen ist cool, bis zu einem gewissen Grad, wo es in Arbeit ausartet. Und das will ich nicht, weil es das eben nicht ist. Und dann das Testdrehen fällt mir dann teilweise noch schwerer. Nicht nur, weil ich ständig überlege, was ich wie sage, sondern weil ich ständig damit rechnen muss, dass ich Feedback von euch kriege. Konstruktiv und so weiter ist ja schön und gut, aber Negatives ist halt das, was mir auch fällt. Wenn halt Leute auch gerade mal was falsch verstehen und ich mir das anhören muss und ich halt immer damit rechnen muss, jetzt kommt es auf mich zu. Und jahrelang hat mich das nicht gejuckt. Jahrelang bin ich selbstbewusst da reingegangen und habe erzählt, was ich eben für richtig gehalten habe. Aber mein Selbstbewusstsein ist durch die letzten Jahre, was ich auch in den Views eben wieder gespiegelt habe, einfach nach unten gesunken. Und deswegen fällt es mir schwerer. Und ich würde sagen, ich komme jetzt zum nächsten größeren Punkt. Eventuell hatte ich noch was, habe es vergessen, weil das ist auch so. Ich habe das Video gestern schon gedreht, es war am Ende 25 Minuten lang oder so, weil ich ständig wieder was reingemixt habe, weil ich was vergessen habe. Aber ich habe mir dann entschieden, es heute ein bisschen strukturiert, auch wenn komplett free, eben nochmal zu machen, weil das alte einfach ganz ehrlich gesagt sehr, sehr schwer anzugucken war. Und der nächste Punkt ist, dass ich die letzten paar Monate schon ein bisschen länger überlegt habe, ob ich den Kanal nicht doch wieder splitte. Und dann habe ich halt einen Fehler bemerkt. Mein erstes Vorhaben war, dass ich den Nicht-Audio-Content auf den neuen Kanal packe. Weil ich habe euch ja früher zum Beispiel gesagt, hey, warum ignoriert denn ich einfach den anderen Content? Guckt einfach nur die Audio-Tests. Habe ich dann aber gemerkt, wartet mal, da war letztens erst ein Kanal, der jahrelang den gleichen Content gepostet hat von der Art her, hat dann geswitcht und nur noch sehr, sehr selten den rausgebracht. Am Anfang habe ich gesagt, ja, klein Problem, ignoriere ich. Aber irgendwann ging es mir auf die Nerven und dann habe ich den auch deabonniert. Und dann dachte ich mir, wie kann ich das von euch verlangen, wenn ich es selbst nicht kann? Bei mir war das jetzt nur einmal der Fall, aber ist ja egal. Aber deswegen glaube ich, ist nicht das die Lösung, dass ich den Nicht-Audio-Content verschiebe, sondern den Audio-Content verschiebe. Denn es ist einfach auch, muss ich ehrlich sein, so, dass meine fast schon Fake-Abonnentenzahl der Grund ist, wieso ich überhaupt noch Zugriff habe auf diese Mainstream-Produkte, Kamerazubehör und sonstiges, Gaming-Produkte und so weiter. Weil die halt sehen, ah, viele Abonnenten und so weiter, okay, viele sehen dann recht schnell, ja, warte mal, die Views haben ja nichts mit den Abonnenten zu tun, dem geht mir nichts mehr. Manche bleiben noch dabei, aber ohne das geht es nicht, weil ich habe ja schon mal versucht zu splitten und damals, wobei es war vielleicht ein Fehler, direkt aufzuhören, aber damals hat mir ein Hersteller gesagt, hey, bei uns gibt es halt erst ab 50.000 Abonnenten einen ersten Test, also könntest du die dort posten. Dann habe ich erwartet, es werden viele andere auch machen, wobei der mich dann sowieso anfallen lassen, auch jetzt bei 100.000 lag allerdings dann auch ein paar negativen Tests und was auch alles okay ist und so weiter, aber deswegen glaube ich, macht es einfach mehr Sinn, mein Audio-Content zu shiften, weil ich glaube, die paar Quellen, die ich noch habe, da ich eben aufgrund meiner Views, auf meiner Art wahrscheinlich auch, weil ich wahrscheinlich bekannt bin in der Szene für meine negativen Tests, vielleicht spricht sich das rum, vielleicht ist es auch nur mein paranoides Denken, keine Ahnung was, aber auf jeden Fall kriege ich deutlich weniger Zugriff, wobei ich auch sagen muss, ich frage viel seltener neue Quellen an. Ich habe die paar und die behalte ich noch und ein paar davon hat keiner verloren. Deswegen wird es aber eben immer weniger. Aber ich glaube, dass ich die paar eher dazu kriege, mir auf einen neuen Kanal die Chance zu geben, das komplett neu aufzubauen. Eventuell müsste ich vielleicht eine Weile cross-posten, also beides, also den Content auf beiden Kanälen posten, wird sich noch zeigen. Aber Punkt ist einfach, und ich habe es schon mal zumindest in der Hälfte der Zeit gepackt, noch das meiste einzugehen, was ich wollte, dass ich als Hauptpunkt einfach Druck von mir abbauen will, damit ich einfach wieder Spaß haben kann an YouTube, weil es war oft genug, es war eine ganz üble Zeit mal, als Leute dann sagten, hör doch endlich auf, du quälst dich mit dem Kanal, man sieht es dir an, man merkt es dir an und hin und her. Da muss ich allerdings auch sagen, die letzten zwei Jahre, da hatte ich, wie gesagt, das habe ich in irgendeinem Video schon mal erwähnt, so eine Art Midlife-Crisis, wahrscheinlich, denke ich mal, weil das Problem war, ich hatte immer so eine miese Laune und ich überlege dann die ganze Zeit, oh, Test, 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 das sage ich ja, also richtig motiviert, aber dann, als der Gedanke kam, jetzt hier hochzugehen und das alles in Videoform reinzupacken, hat mich irgendwie überwältigt, einfach dieses, oh, die miesen Views, oh, die negativen Kommentare, wobei ich gar nicht mehr viele habe, oh, wie sagst du was und das war so eine Blockade aus einem Grund, wo ich halt selbst nicht ganz nachvollziehen kann. Teilweise war ich dann auch in der Phase so, ich will nicht sagen deprimiert, aber einfach sehr, sehr lustlos, nicht wirklich super fröhlich und so weiter und so fort und aus einem halt nicht bekannten Grund. Es ist mittlerweile ein Stückchen wieder besser geworden, aber um das eben ein bisschen zu beschleunigen, ein bisschen zu verstärken, möchte ich es mir halt selber ein bisschen leichter machen. Und ich weiß, ich habe vor keine Ahnung, wie viele Jahren mal ein Video gemacht, in dem ich gesagt habe, ich ziehe jetzt alles so am Stück durch, ich mache nur noch einen Taker, wenn ich mich verspreche, verspreche ich mich und hin und her. Habe dann aber gemerkt, dass ich gerade die letzten ein, zwei, drei, mehr denn je immer versucht habe, dieses erste Intro, diese Minute sauber wie möglich durchzubringen. Und dann denke ich mir, ich habe jetzt zwei Stunden an einer Minute rumgekämpft, um die sauber hinzukriegen, was für mich sauber ist, ohne Script halt. Dann denke ich mir, ist es das wert, die Leute, die meinen Kanal gucken, die kommen auch durch diese Stolperer. Und die, die es nicht machen, kommen halt nicht drum. Aber, dass ich mir da so selbst einen Druck aufgebaut habe, der meine Motivation, meine Laune runtergezogen hat, war einfach der falsche Ansatz. Und ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird am Stück, einfach aufgrund dessen, und ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon vorher wieder gesagt habe, weil mein Kurzer Gedächtnis miss ist, einfach der Fakt, dass ich, wenn ich kurzen Faden verliere, aus welchem Grund auch immer, ich oft halt nicht weiß, was habe ich schon gesagt und was wollte ich noch sagen. Denn letztens erst wieder gemerkt, zwei Minuten geredet, dann sage ich, ah, versprochen, ich fange nochmal neu an. Ich hoffe mal, ich wiederhole mich jetzt nicht und habe allerdings dann beim zweiten Take drei Viertel von dem erstgesagten total vergessen, weil ich dachte, ich habe es ja gesagt, aber das war ein Take davor. Also, das ist bei mir einfach ein bisschen geistig, das Problem. Und, ich glaube allerdings oft, stolper ich und vergesse alles, weil ich einen Fehler mache und dann überlege ich, oh, kann ich das noch irgendwie gerade biegen? Sollte ich vielleicht neu starten? Sollte ich vielleicht weitermachen? Und wenn ich die Überlegung gemacht habe, dann ist es schon zu spät. Und deswegen jetzt einfach, wie vorhin zum Beispiel auch, ich glaube, das war in dem Take, obwohl ich erst, glaube ich, vier, fünf gemacht habe heute, dass ich dann einfach, wenn ich merke, ich habe Fehler gemacht, red weiter, korrigiere mich vielleicht kurz oder sonstiges, weil teilweise sind es bei mir nur Dinge, wo ich einen Satz im Kopf schon habe, dann mittendrin aber denke, ich formuliere das ein bisschen anders und dann ist es grammatikalisch halt falsch und ich bin so ein bisschen blöder Grammar Nazi gegen mir selber auch und dann wird es nichts. Also, ob ich das ablegen kann, weiß ich nicht, ob ich dieses Mixen aus Objektiv und Subjektiv komplett ablegen kann, weiß ich nicht. Wie groß jetzt der Unterschied zu einem Test und einem GFC wirklich sein wird, nach dem ersten, wie gesagt, ist das sehr, sehr gering, aber das wird sich hoffentlich mit der Zeit eben noch ändern, kann ich auch noch nicht sagen. Ob das meine Laune auf Dauer und so weiter wirklich ändert, kann ich auch noch nicht sagen, aber nach dem ersten GFC, muss ich sagen, bin ich deutlich unbeschwert in den Test reingegangen, wurde allerdings auch länger, ohne wirklich eben kompakter zu sein, also ihr bekommt vielleicht ein bisschen weniger Informationen auf eine längere Zeit oder sagen wir die gleiche Information in einem längeren Video, was ja eigentlich auch nicht das ist, aber verkrampft zu versuchen, kompakt zu bleiben, ist zum Beispiel auch ein Punkt, ich habe einfach oft gemerkt, dass wenn ich ein Video irgendwie zu lang mache, dann sage ich so 23 Minuten, ich probiere es nochmal, dann merke ich, 22 Minuten ist noch zu lang und dann mache ich 6, 7 komplette Takes mit 20 Minuten, nur um 3, 4 Minuten kürzer zu kriegen, wo ich dann teilweise allerdings doch was vergesse und das ist auch nicht die Lösung, weil ich weiß nicht, wie das für euch anzusehen ist, aber ich habe einfach gemerkt, dass so wie ich nach einer Weile, weil am Anfang des Videos rede ich immer ein bisschen aufgeregt, ein bisschen energischer und so weiter, gerade auch, weil es oft schon, weil ich es schon so wiederholt habe, irgendwie eingebrannt ist, dann wirkt es eben wie auswendig gelernt, ich nach einer Weile erst meinen normalen Fluss, das ist meine normale Rhythmik, wie ich rede kriege, also jetzt bin ich auch noch ein bisschen aufgeregt, aber das liegt einfach daran, weil das ganze Thema mich einfach irgendwie sehr, sehr aufgeregt macht, allerdings auch im positiven Sinne, weil wie gesagt, vorhin zu dem Punkt, oh hör doch auf, ich will noch unbedingt weitermachen, erstens, weil es gar nicht so schwer ist, aufzuhören, wenn ich ganz ehrlich bin, weil wenn man das jetzt schon, wie ich, 10, 11 Jahre macht, Audio-Tests vielleicht, 8 Jahre oder so, keine Ahnung, und dann einfach gewohnt ist, immer wieder, jede Woche, jede zweite Woche, neuer Kopfhörer, neues Audio-Gier, neu ist das, neu ist das, dann ist es schwer ohne, weil die letzten, wo ich vor zwei Jahren oder so drei Monate Pause eingelegt habe, da habe ich irgendwann schon das Kribbel gekriegt und auch wenn es nur diese Endorphine sind, wenn man irgendwas neu auspackt, ich merke das schon, wenn ich privat für mich irgendwie eine Kleinigkeit kaufe, ich kann es nicht abwarten, das auch zwar, und meistens ist es dann auch schon verflogen und oft ist es auch so, wenn ich irgendwas zu testen kriege, oh die erste Stunde, die ersten initialen Tests, und dann verfällt es und dann denke ich, jetzt muss ich aber einen Test drüber drehen, weil das Produkt nicht gut ist oder weil es mich nicht genug reizt, persönlich nicht meinem Stil entspricht, dann denke ich mir, warum teste ich sowas eigentlich noch, ich soll es doch eigentlich einfach zurückschicken, aber ich hatte halt in der Vergangenheit immer das Denken, ne, 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 wenn mir das Produkt nicht gefällt, muss ich euch das auch wissen lassen, einfach damit ihr informiert seid auch über schlechte Produkte, weil ich habe einfach mit einem YouTuber, den ich Kontakt hatte, den abgebrochen hat, den ich gehört habe, dass er gesagt hat, oh du weißt gar nicht, wie viele Produkte ich zurückschicke, vielfaches mehr als das, was ich teste und der testet schon viel, schicke ich direkt wieder zurück oder sagt denen, das ist nichts, aber ich möchte halt nicht dem Vertrieb schaden, ich möchte das nicht machen, seien wir mal ehrlich, die wollen selbst nicht schlecht dastehen, weil es ist einfach so, ich habe es halt aus eigener Erfahrung gemerkt, dass wenn man negative Tests macht, bei manchen wird es geduldet, bei manchen wird man direkt abgeschossen, das war es letztens wieder der Fall, da war ein Hersteller richtig heiß, mir was zu schicken und als ich das Produkt hatte, dachte ich mir schon, ich weiß ganz genau, wenn der Test rauskommt, wird das nicht gut enden, aber ich muss ihn rausbringen, einfach um euch zu informieren und hin und her, was war, ja klar, nie wieder was von gehört, obwohl sie mir direkt vor dem Test noch gesagt haben, wir schicken dir gleich das nächste und so weiter, also das ist eben das, deswegen, ich kann sie so weit nachvollziehen, die Leute und das war, was mich damals so aufgeregt hat, wieso ich gesagt habe, ich möchte mit so einer Person nichts mehr zu tun haben, ist es bei mir jetzt allerdings ein bisschen anders, ich würde jetzt am liebsten Produkte direkt wieder zurückschicken, weil ich mir einfach die Zeit sparen möchte, weil ich mir denke, warum soll ich mir die Mühe machen und vielleicht sollte ich auch einfach auf die Schnelle einen Test machen, so hey, das Ding taucht, damit ihr informiert seid, aber wenn ich so ein Video halt rausbringe, dann ist es vorprogrammiert, weil dann klingt es automatisch wie ein Gebäscher, dann klingt es automatisch als ob ich es böse meinte und dann ist klar, dass ich nichts mehr kriege, also ich möchte nicht das so machen, aber ich möchte auch nicht einfach zurückschicken, dass ich gut dastehe, also deswegen habe ich in der Vergangenheit auch immer die Tests gemacht, bin halt objektiv meiner Meinung nach geblieben, ob das Produkt schlecht war und wenn es schlecht war, dann habe ich es halt auch so gesagt oder wenn es teilweise meinerseits einfach schlechter rüberkam, als es eigentlich war, weil ich das nicht ganz so gut verkaufen kann, weil mein Liegen und Gestik mich einfach schon immer verrät, deswegen könnte ich auch erst gar nicht lügen bei dem Test oder falsche Euphorie vortäuschen, aber das geht jetzt alles schon wieder zu lang, ich merke gerade, das Video ist jetzt doch wieder lieber großkürzer, deswegen, ich werde es auch nicht noch mal durchgucken oder irgendwas einfügen und so weiter, ich habe mit Sicherheit was vergessen, aber wenn, packe ich es vielleicht in die Kommentare und mir wäre es auch recht, wenn ihr mir vielleicht irgendwie ein Feedback gebt oder so weiter, aber bitte nicht jetzt irgendwie so, ah, stell dich nicht unter den Scheffel und so weiter, du bist gar nicht so schlecht, ich bin so schlecht, weil wenn jemand, wie ich schon 11 Jahre YouTube macht und 100.000 Abonnenten hat, aber dann bei einem, sag mal, Video, das jetzt nicht so gut ankommt, 250 Views, wie letztens bei einem Tripodtest kriegt, dann sagt das alles, dann sagt man, ja, aber du bist ja ein Audio, wobei bei der Verteilung wahrscheinlich schon nicht mal bei 50, 50 ist, weil halt viel anderes Zeug kommt, was ich halt interessant finde, aber ihr halt absolut nicht, was ich auch nachvollziehen kann, kriegt einen Audiotest mittlerweile auch, wenn es gut läuft, 2.000, 2.500.000 und alles Richtung 3 oder drüber ist schon absoluter Ausreißer, habe ich vielleicht eine Handvoll im Jahr, also deswegen, erzählt mir bitte nicht, dass ich besser bin, als ich bin oder vielleicht von mir aus, von den Aussagen besser oder euch genug entsprechend, aber die Masse, die meisten sehen das anders, vielleicht auch wie gesagt, von der Vergangenheit mit vielen verscherzt, viele denken, ich erzähle nur Scheiße, glauben nicht, dass irgendwas an Substanz dahinter ist, was auch möglich sein kann, will ich gar nicht bezweifeln, aber ich kann euch eins sagen, das was ich euch bisher erzählt habe, wenn es vielleicht auch nicht immer korrekt war, wenn es vielleicht nicht immer richtig war, wenn es vielleicht immer 100% objektiv war, es war aus meiner Sicht mit absolut bestmöglichem Gewissen immer 100% die Wahrheit. Ja, beenden wir das jetzt am besten. Ciao.